Wo ist the latest shit? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht. Kurzfindtage. Was soll das denn? Die werden jetzt 31 Jahre alt nächstes Jahr. Ich kann mich noch daran nicht mehr erlabern. Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Das ist alles so eine Komfortzone. Hä? Oh. Was ist das? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.